Ja, mit dem Scheitern werden Sie sich bestimmt nie anfronten, die Politiker. Um das eigene Scheitern zu verhindern, sind Sie angewiesen auf ein möglichst optimales öffentliches Bild Ihrer selbst. Und um das zu transportieren, verwenden Sie Medien. Ein riskantes Spiel, denn es droht immer wieder auch die Gefahr, dass der eine oder andere Schuss nach hinten losgeht. Wenn man zum Beispiel die traditionelle Familie propagiert, selber aber parallel gleich zwei gründet. Oder wenn man für ehrliche Leistung, Fleiß und Verantwortung steht und dann als Doktor Plagiat entlacht wird. Besonders delikat wurde der Umgang mit der sogenannten Öffentlichkeit durch das Internet. Denn dort hört das Volk nicht nur zu, es antwortet nach eigenem Gutdünken. Auch ungerecht, auch willkürlich, auch diffamierend. Und das ist nicht nur unkontrollier, sondern vor allem auch unumkehrbar. Was heute die Republik erschüttert, ist übermorgen überall vergessen. Überall? Nein. Ein neues, unkontrollierbares Medium bewahrt alles auf. Für immer. Und Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, müssen es fürchten. Politiker am Panger, von Bürgern bloßgestellt. Verändert das ihr Verhalten gar die Politik? Wenn jeder Versprecher jedes schlechte Benehmen oder englisch jede Lüge auftauchen kann, das Video auf YouTube. Wenn Sie vom Flug vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein. Sie fahren mit dem Transrapid in zehn Minuten an den Flughafen. Team Guests, ladies and gentlemen, thank you for inviting me to Berlin at the 7th Annual Confirmance. Confirmance und so genauen. Ja, das hatte ich gerade vor 20 Minuten noch gesagt. Das wäre schön, wenn die Zahlen verteilt wären. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat. Ich werfe diesen ... Können wir nochmal? Ist das live gewesen jetzt gerade? Nein. Okay, Entschuldigung. Was treibt Internetnutzer an, so gemein zu sein? Das ist die Allgemeinheit, die losgelassen ist, auf eine neue Art zu kommunizieren. Sie fühlen sich sicher, dass die jetzt tatsächlich das, was sie aus Wut aufgestaut haben, endlich mal loslassen können. Ich zeige denen das. Im Moment sind wir in einer Transformationsphase, wo wir viele solcher Beispiele haben. Aber ich denke mal, das wird in Zukunft etwas zurückgehen, einfach aus dem Grund, weil Politiker stärker darüber nachdenken, wo und wie sie sich öffentlich präsentieren. Ich glaube, dass das Internet auch, und das muss man mal sagen, auch viele Chancen hat. Also für einen Abgeordneten, der nicht in der ersten Reihe steht, der wird sonst kaum wahrgenommen. Thomas Jahrzumbeck twittert, bringt seine Politikbeiträge im Internet selbst und das Volk. Und er hat Freunde. 1.942 bei Facebook. Das sind potenzielle Wähler. Denen darf er täglich kostenlose Eigenwerbung ins Postfach stecken. Hat er keine Angst, auch mal Opfer des Internets zu werden? Ich glaube, als Politiker muss man eines tun. Man muss eben auch selber sehr viel im Internet präsent sein. Und ich glaube, das passiert irgendwann jedem, dass man negative Dinge im Netz stehen hat, weil jeder auch schon mal Fehler macht. Muss man also selber auch sich darum kümmern, dass auch die Erfolge und die Dinge, für die man einsteht und die Gründe, warum man auch gewählt wird, dass man die halt eben auch präsentiert. Er war der Medienliebling und ist schließlich auch über das Internet gestolpert. Nach dem Rücktritt kam zwar die Facebook-Seite Wir-Wollen-Guttenberg-Zurück mit über einer halben Million Unterstützern. Genutzt hat's nichts. Es gibt ja Agenturen, wo man sich Facebook-Freunde kaufen kann. Und es gibt Agenturen, ja natürlich, es gibt alles im Netz. Und deswegen ist ja auch die Frage, es ist egal, wie viele hunderttausend Leute, Freunde von Guttenberg sind im Facebook, das ist egal. Das Wichtige ist, was wird darüber kommuniziert. Deborah Weber-Wulff hat die Guttenberg-Plagiate und in der Folge die von anderen Politikern mit aufgedeckt. Hat das Netz nun die Macht, Politiker zu stürzen? In dieser Kombination, in einer Art medialen Arbeitsteilung zwischen alten und neuen Medien, ist es eben zu dieser Eskalation gekommen. Und das hat letztlich dann einen veränderten Skandalverlauf herbeigeführt, der unter dem Einfluss nur der alten oder nur der neuen Medien so vermutlich nicht stattgefunden hätte. Das neue Medium Internet schafft Öffentlichkeit. Inhalte sind millionenfach abrufbar. Darin steckt auch eine Chance für die Politik, setzt aber voraus, zu wissen, wie das Medium funktioniert. Platte Werbebotschaften zu verbreiten, reicht nicht. Es ist das große Problem, dass viele von unseren Politiker und Politikerinnen wirklich nicht verstehen, was Internet ist. Sie verstehen diese neuen Medien nicht. Ich habe auch schon mal gedacht, wir müssten mal Kurse geben, ganz kompakte Kurse über Wirkungen und wie Sachen im Netz passieren. Wenn man versucht, tatsächlich sich intensiv nicht nur als Kommunikationsprofi im Netz zu präsentieren, sondern tatsächlich substanziell die eigene Arbeit darauf abstellt, dann kann man im Internet auch Wahlen gewinnen. Und das Paradebeispiel dafür ist natürlich Barack Obama. Das Netz hat viel Potenzial, um den Bürger in Politik einzubinden. Bei Abgeordnetenwatch kommt auf jede Frage eine Politikerreaktion, eine Ausnahme. Denn vieles bleibt bisher auf diesem Niveau. Der Abgeordnete als Lachnummer, zum medialen Abschuss freigegeben, als Sexobjekt. Ja, also was soll man dazu sagen, ja. Noch vertreibt das Internet den Volksvertretern die Lust an der öffentlichen Kommunikation. Doch gerade dafür könnten sie es nutzen. Wenn sie es könnten.